Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Pornhides. Wir bauen noch ein bisschen Kohle ab. Ja, wir bauen noch ein bisschen Marmor ab. Das habe ich hier vergessen, deswegen wollte ich hier hin. Also, da war kein Missgeschick von mir oder so, das war Absicht. Und die Pokröten, die können wir ja verzichten. So kommen wir schnell wieder zum Start. Das war pure Absicht. So. Ich wollte nochmal nach goldigen Sachen gucken. Gold. Gold. Ist die schon gold? Gold. 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 Ich glaube, ich bin hier gerade falsch ausgerüstet. Stampfen wir nicht so, Digga. Ja, machen wir keine Welle. Wir zwei Deppen. Ich töte einfach mal was. Hoffe ich. Will der Dicke denn hier? Guck mal, Jungechen, du kannst doch nichts. Ja, lass doch gut sein. Das ist viel zu langsam. Das ist ja der Schleim konnte auch nicht viel. Was habe ich da mit mir aus? Geh da die fette Party ab. Hey Partybeetels? Waren wir hier schon bestimmt. Da oben ist jede Menge Gold. Hey. Krusti. Ist du Krusti oder der Clown? Oh, oh, oh. Hey, Brudi. Entspann dich bitte. Okay, der hatte ein bisschen mehr drauf, als ich dachte. Hat noch nicht getroffen. Der hat trunken wollt. Ah, oh, ah. Ja, diese ungünstigen Sachen, die dann explosiv sind. Lecker Gold mitnehmen. Lecker Gold. Die Himmelsdinger haben wir. Flammender. 14 Sonnendiamanten. Und zweimal Staub haben wir an unserer Kiste. Äh. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Staub wir brauchen. Oh, das ist gemein. Wenn die sterben, dass die einen dann nochmal so ein Ding eindrücken. Also. Ähm. So ein Feuer. Dings. Und so. Ne? Wir brauchen noch eine ganze Weile zum Level ab, oder? Mh. Ja. Da brauchen wir mal noch neue Rüstung später. Ähm. Helfen die mir raus. Oh, guck mal. Das hätte ich sonst nicht gesehen. So. Wir brauchen Gold. Ganz viel Gold. Vermutlich gar nicht so viel. Ich will eigentlich nur erst mal einen Stab machen. Föhm. Ach, das ist nur so ein Normaler. Ich wollte eigentlich wegküpfen. Ah, naja. Bleib mal ruhig davon. Also dieser Baum. So. Ne? Der geht mir jetzt aber ordentlich auf den Gehs. Ja. 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 Die müssen wir auch hier das Mittelrecht, was? So. Hier sind wir überall Gold. Gold. Gold, bitte. Dankeschön. Ich habe auch keine Lust, so viel einzusammeln. Ich bin gerade faul. Ich denke, wir ersiedeln uns jetzt mal so bei 15 Minuten folgen an erst mal. Damit ich hier noch ein bisschen was schaffe. Ähm. Das ist immer so verlockend, die Dicken hier. Die sind nicht so krass. Geben aber gut Erfahrung. Ich weiß nicht, gerade die im Mund sind. So. Ich habe 1900 Erfahrung. Dann muss ich wieder ein normaler, ne? So. Schön. Gut, dann gehen wir mal zurück. Zur Heimat. Warte mal, wir können noch Dinge nehmen. Hehehe. Müssen wir nicht immer suchen. Dumm, 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 dumm. So. Was sagst du denn, ne Schmelze? Moin. Ach Mensch. Die, hä? Das hier. Hier. Bitte schön. Und was habe ich gesagt? Wie viel brauche ich? Lass mal hier noch. Warte. Ein Need. Den hier vermutlich. Sechs Staub. Und sieben kann ich machen. Sehr schön. So, hier. Weiß ich noch nicht. Brauchen wir... Na gut. Hm. Aggressor. Assistenz gegen Feuerschaden. Hm. Kritischer Trefferschaden. Ist natürlich auch super. Ich denke, das hier ist dann eher was für uns. Wollen wir nicht zum upgraden? Hehehe. Und Titan. Ja. So, jetzt bin ich das. Und dann können wir den hier machen. Und dann haben wir natürlich nichts mehr genug. Zauber natürlich auch nicht. Müssen wir uns also noch mehr von holen. Aber ich hoffe, das kriegen wir hier hinten dann noch. Hier in den weiteren. So, was gab's da noch für Wundermodulb-Monster? Einmal die Mondviecher. Und dann noch bestimmt die Sonnenviecher, ne? Dagegen haben wir natürlich nichts im Angebot. Genau. Also können wir da unser neues Arbeitsgerät mal testen. Na, wie findest du den? Wo die... Ah, oh, 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 oh. Ich fand den nicht so cool. Ja. Mein Freund. Kannst mal gucken. Oh, Mond. Oh, Pal. Wow. Oh, 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 oh. Ich komme fliegen. Oh, grün. Ernsthaft? Grün. Ich krieg ja rote. Äh, hier. Ich brauche grün. Jetzt haben wir acht. natürlich die Frage. NPC, hallo. Guten Tag. Handel. Tschüss. Tschüss. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Nö. Tschüss. Tschüss. Ist okay. Brauche ich nicht. Da. Da. Finden wir noch raus. Jetzt mich ja versiebungshin geht. Ob es das richtige Portal ist. Ach du Schande wieder sein kleiner Boss hat er ein Element hat er hat er hatte also bisher ist hier anscheinend alles Okay. Was immun. Au. Oh, oh, oh. Alter. What? What the fuck? Ich brauche bessere Rüstung, würde ich sagen. Nee, ne? Schnell weg hier. Puh. Ja, der ist interessant. Doch, ja. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich bin gar nicht auf Zauberstab, ne, gerade. Bei meinen Talenten, nee. Das hätte ich vielleicht mal umstellen sollen vorher. Damit wir auch da ein bisschen mehr Schaden machen. Und, ja, jetzt sollten wir vielleicht erst mal noch ein paar von den Sonnendiamanten holen. Hoffentlich finden wir noch genug. Und dann bessere Rüstung machen vielleicht. Wäre ganz gut. Und das machen wir in der nächsten Folge von Portal Knights. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.